Beeindruckend. So super, ja. Also eigentlich eigentlich alles toll. Denterprime ist für mich eine extrem professionelle Zahnklinik, die auf dem neuesten Stand der Technik ist und die eine bestmögliche Qualität in ihrer Arbeit abliefert. Ja, ich bin anfänglich zu Denterprime gekommen, weil ich davon gehört habe, im Ausland, meine Zähne günstig reparieren lassen zu können. Ich hätte nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt, das zu Hause zu machen. Und so bin ich zu Denterprime gekommen und jetzt, beim zweiten Mal, konnte ich meinen Traum verwirklichen und habe jetzt meine Implantate bekommen. Meine Frau hat gesagt, bei Denterprime, sie hat das Gefühl, dass jeder seine Arbeit gerne macht. Und das merkt man und das ist wahrscheinlich auch nötig, um eine gute Qualität zu erreichen. Und das ist wirklich das, was man von jeder Schnittstelle merkt, am Telefon oder auch eben hier vor Ort. Im alten Gebäude von Denterprime, es war schon wirklich alles auf dem neuesten Stand und jetzt, sechs Jahre später, gab es nochmal eine Entwicklung und es ist immer noch auf dem neuesten Stand. Sie sind nicht stehen geblieben. Jetzt mittlerweile kommt man sich vor, als sei man in einem Raumschiff. Ich habe heute Morgen darüber nachgedacht. Es lohnt sich schon einfach auch nur, für ein, zwei Kronen oder eine Brücke zu kommen, weil man es halt sehr gut mit einem Urlaub verbinden kann. Warner ist wunderschön, auch für Wellness, um shoppen zu gehen. Bei Denterprime ist es wirklich so, man hat das Gefühl, jeder macht seine Arbeit gern. Man nimmt sich Zeit. Auch für mich. Ich habe eigentlich immer Angst vor dem Zahnarzt. Man nimmt sich sehr viel Zeit, um mir diese Angst zu nehmen. Und am Ende vor allem auch der Preis. Ich zahle weniger als die Hälfte.